Wird die Betriebsrente als Einmalauszahlung an die gesetzliche Erwerbsminderungsrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Erwerbsminderungsrente lässt uns natürlich als Rentenberater überhaupt nicht los. Wir haben es bei der Erwerbsminderungsrente mit vielen Facetten in diesem Rechtsgebiet zu tun. Es geht also nicht nur um die Frage, ob jemand einen Anspruch auf die Rente hat, sondern dann auch um solche Fragen, ob zum Beispiel Einkommen oder Verdienste, die ich habe, an die Rente angerechnet werden können. Und auch wieder einmal der Klassiker sozusagen unter den Anfragen, ob denn eine Betriebsrente, die ich bekomme, die ich als Einmalauszahlung kapitalisiert bekomme, meinetwegen einmal Betrag 100.000 Euro, ob die an die Erwerbsminderungsrente überhaupt anrechenbar ist. Und da will ich Ihnen ganz kurz mal unser kleines Bildlein dazu zeigen, was wir entworfen haben auf den Beitrag, den wir auch zu diesem Thema natürlich veröffentlicht haben. Und da kann ich Ihnen als Rentenberater nur Folgendes ganz kurz sagen. Nein, meine Damen und Herren, sogenannte Betriebsrenten als Rentenleistung oder als Kapitalauszahlung werden grundsätzlich nicht an eine Rente wegen gesetzlicher Erwerbsminderung angerechnet. Der Grund ist relativ einfach. Eine Betriebsrente ist kein Arbeitsentgelt im Sinne des § 96a SGB VI. Ja, 96a SGB VI regelt die Hinzuverdienstanrechnung an Renten wegen Erwerbsminderung. Als Hinzuverdienst kann grundsätzlich nur angerechnet werden Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen des Selbstständigen oder vergleichbare Einkommen und Betriebsrenten fallen nicht unter den Arbeitsentgeltbegriff, denn § 14 SGB IV regelt dort ganz klar und eindeutig, dass nur laufendes Einkommen aus einem Arbeitsentgelt heraus hier anrechenbar als Verdienst ist, aber eine Betriebsrente nicht, weil eine Betriebsrente eben kein Einkommen aus einem Arbeitsentgelt ist. So sagt es auch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und auch die Rechtsauslegung der gesetzlichen Rentenversicherung. Also meine Damen und Herren, Betriebsrenten sind per se kein anrechenbares Einkommen an eine Erwerbsminderungsrente. Ähnliches gilt auch für Renten aus privater Berufsunfähigkeitsversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.